Mutter Natur hat immer wieder wunderbare Überraschungen für uns Menschen bereit. Einer dieser Überraschungen ist das Vitamin B12. Bei Forever finden Sie die größte Menge Vitamin B12 in unserem gleichnamigen Produkt B12 mit der Artikelnummer 188. Weil das ganze Molekül von B12 so wunderbar symmetrisch aussieht wie ein indisches Mandala, haben wir es hier einmal abgebildet als Formel. Faszinierend, nicht wahr? Im Zentrum des ganzen Moleküls steht übrigens das deshalb so wichtige Spurenelement Kobalt. Mit bloßem Auge erkennt man übrigens schon ganz geringe Spuren von B12 an seiner intensiven roten Farbe. Auch unsere Presslinge sind deshalb leicht rosa. Die gibt es übrigens in zwei Formen, rund und sechseckig. Der Inhalt ist immer gleich, nämlich 50.000% des Tagesbedarfs an B12. Das ist eine ordentliche Portion dieses wasserlöslichen Vitamins. Das deshalb auch nicht überdosiert werden kann. Es kommt in unserem Produkt zusammen mit der passenden Menge des B-Vitamins Folsäure. Beide sind für die gesunde Blutbildung von entscheidender Bedeutung. Wir empfehlen B12 deshalb besonders bei den Ausdauersportarten wie Marathon, Triathlon oder auch dem laufintensiven Fußball. Viele Mütter kennen B12, weil in der Schwangerschaft B12 und die wichtige Folsäure heute standardmäßig gegeben wird. Es ist also sehr wichtig, wenn Leben entsteht. Auch für alle anderen Menschen ist B12 wichtig. Aber im Allgemeinen kann der Körper es über Jahre hinweg speichern. Bei bestimmten Menschen kann aber aus verschiedenen Gründen ein Mangel an B12 und Folsäure auftreten. Diese äußert sich dann in Müdigkeit und Abgeschlagenheit und Konzentrationsschwäche bei recht blasser Gesichtsfarbe. Da Vitamin B12 vor allem in tierischen Lebensmitteln enthalten ist, ist eine Versorgung für Vegetarier besonders wichtig. Es ist übrigens auch gut für Veganer geeignet, da wir es aus Hefen in einer Fermentation gewinnen. So ähnlich wie Bierbrauen funktioniert das. Das richtige Stichwort. Falls Sie jetzt glauben, B12-Mangel durch Bierkonsum auszugleichen, müssen wir Sie enttäuschen. Wer es geschafft hat, durch den ausgiebigen Konsum von Alkohol seinen Magen zu ruinieren, der hat nicht selten sogar Probleme in der Aufnahme von B12. Das Gleiche mag man allerdings auch als Workaholic durch Dauerstress hinbekommen. Wie dem auch sei, eine Supplementierung mit B12 und Folsäure ist gerade in den USA bei vielen Managern besonders beliebt. Und als Tipp, Frauen haben einmal im Monat auch einen erhöhten Verbrauch an B12. Da der Körper B12 sehr gut speichert, kann man sich einfach zweimal im Jahr eine Packung gönnen. Bitte immer eine Forever B12 Plus mit der Artikelnummer 188 mit dem Essen zusammen oder direkt anschließend. Das verbessert die Aufnahme. Also, fassen wir zusammen. Zweimal im Jahr, aber auch gerne ganzjährig, können Sie sich diese Extraportion Vitamin B12 mit Folsäure gönnen. Unser Forever B12 hat die Artikelnummer 188 und empfiehlt sich auch für Ausdauersportarten und Stress. Gute Konzentration und zum Ausgleich. Ganz wichtig für Vegetarier und Veganer. Gute Konzentration und zum Ausgleich. Gute Konzentration und zum Ausgleich.